Das ist Keanu aus der neuen D. Er ist nicht nur Kiontechniker und wird hier generell den ganzen Nachrichten gestalten, sondern sein neuesten auch bei Radium dabei. Das bedeutet, wir sind total froh, dass er da dabei ist und für uns schöne Beidegänge produziert. Und jetzt kommt bei Keanu, der spielt auch die Klavier. Der macht Patienten. Ja, ich bin jetzt für euch ein Patient. Musik Und ich weiß, dass du aufhörst, wenn ich aufhörst, wenn ich gehe. Und ich weiß, dass ich nie listen muss, also ich weiß, dass du dein Herz, pullst du mich apart. And you are so much, I have trouble keeping up. And you are so loved, I have trouble keeping touch. You remove your passion, with nothing left behind. Empathy, attention, freckle constellation lines on your skin. Strong at the end. Suddenly we're older, with nauseous arm and belts. Suddenly we're colder, with nuance being held on my skin. This is how this ends. And you are so much, I have trouble keeping up. And you are so much, I have trouble keeping up. And you are so loud, I have trouble keeping touch. And you are so loud, I have trouble keeping up. And you are so loud. And you are so loud. I have trouble keeping ... Vielen Dank.